Ich mag nicht mehr! Ich bin nach Hause. Ich geh einfach nicht. Ich wohne hier. Wir ziehen hier in diese Hütte ein. Ich mein, das ist ein ganz schönes Leben. Ich mein, ja, man kann hier eigentlich leben. Kein Bett, kein Klo. Ja, ich kacke in die Ecke. Mach ich ja jetzt auch. Ja, aber wir können ja hier runterkacken. Es landet ja dann unten auf den Leuten, die hinter uns hoch müssen. Die armen Schweine. Es geht weiter mit diesem Stil hier, das einfach nur die pure Hölle ist. Wollen wir auf den Plattformen davor landen oder direkt aufs Jumppad? Also hier beim ersten auf die Plattform davor und dann... Dann beim anderen bist du direkt Jumppad. Direkt aufs Jumppad und Kiste. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Direkt jumpen und weiter. Kiste. Oh Gott. Kiste. Zieh, zieh, das kannst du schaffen. Ich habe dich gezogen. Was ist das hier? Müssen wir uns da festhalten? Warte, wir springen beide gleichzeitig von unten dran. Müssen wir die Kette da reinkriegen? 3, 2, 1. Nee, geht nicht. Nee, warte, was muss man da machen? Die Kette irgendwie? Es fliegt los. Es fliegt davon. Oh Gott, was ist das? Wollen wir die Kette da irgendwie... Ja... Oh Gott, warte mal. Der Haken ist so irgendwie... Oh Gott. 3... Dann spring mal hoch. 3, 2, 1. Oh, warte. Er hält sich doch fest. Oh nein, muss ich dich mitziehen? Kann sich nur einer festhalten? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und dann stell dich mal in mich rein. Hier ist der Spot. 3, 2, 1. Ich halte Leer-Taste gedrückt, du auch? Ich auch, ich auch. Okay, okay. Ach du heilige Kacke. Oh mein Gott. Alter, ich halte so die Leer-Taste, mein Daumen krampf. Ich auch. Ja, ja, ich hab... Sehnscheide entzündungen. Mir wächst eine Scheide in der Sehne. Geht es noch weiter hoch? Muss man da irgendwo abspringen? Oder ist es da vorne die Landeplattform? Ich schätze mal... Ist das ein Checkpoint? Ich schätze mal, da ist eine Landeplattform. Oh nein, wir müssen irgendwas fahren. Da ist ein Auto! Ich glaub, wir müssen hier runter, oder? Loslassen? Ja. Boah. Bitte sag mir, dass wir hier ein Fähnchen... Wir sind auch kein Fähnchen. Oh mein Gott. Ich glaub, das wird nicht gut. M-m. M-m. Nein. Das sind Löcher in der Straße. Ganz viele. Hä? Oh Gott... Du musst fahren. Ich sitze nur hinten drauf. Keine Rampen, oder? Das ist ne Rampe. Oh man... Warte... Was ist mit dem da? Der B sitzt für uns. Die Steuerung ist qualvoll. Das Lenken ist... Warte. Warte, ich krieg das hin. Okay, ich kann noch näher ran. Oh Gott. Oh nein. Fällt da was drauf, weil der Boden so kaputt ist? Aber das Lenken ist richtig ekelhaft. Oh mein. Nein. Zurück. Das Ding hat voll den komischen... Wob ich das schieben? Nee. Einfach nur ein Hindernis. Ja, hätte sein können. Okay. Weil, ich meld mich morgen im Social Club an, Junge. Oh, Social Club. Oh Gott. Okay, die Austin Powers Technik. Gott, das ist wirklich... Also, das lenkt sich ganz, ganz weird, das Ding. Ist das ein Checkpoint? Bitte sag mir, das ist ein Checkpoint. Wir sind so nah an diesem Fähnchen. Was ist das hier? Das ist einfach nur eine Fackel. Ja, und jetzt? Jetzt. Dahinten. Oh nein. Was ist das? Oh nein, das ist so ein Würfel, ne? Der sich immer wieder dreht und dreht und dreht und wir müssen springen. Oh, bitte nicht. Ich glaube nicht springen, aber festhalten halt irgendwie. Klettern und dann obendrauf sein am Ende. Ich glaube, man muss da oben drauf springen. Und los. Oh mein Gott. Ich bin oben, ich bin oben. Nee, du musst springen. Du kannst nicht klettern, du musst springen. Und zwar in die Richtung, wo sich das Ding kriegt. Es reicht zu laufen, es reicht zu laufen. Ich springe lieber, ich traue dem Ding nicht. Oh mein Gott. Jetzt rüber, 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 rüber. Warte, 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 warte. Atmen. Atmen. Ich muss ziehen. Oh, erst mal eine Kippe. Da. Okay, warte. Da kommen Dinger raus. Oh Gott, nein. Wir müssen, oi, 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 oi. Wie geht das? Wie geht das? Wir müssen die Richtigen. Wir müssen dann da. Dann irgendwie da. Dann nach oben. Warte mal. Kommt der jetzt? Aber Vorsicht, da ist ein. Ja, 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 warte, okay, hier der nächste, oh nein, ah, 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 warte, ich versuche, ich spring runter, spring runter, oh Gott, okay, 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 ich mag das alles gar nicht, guck mal, der zieht sich sogar hier so, okay, der nächste kommt dann von da, oh, Vorsicht, was machst du denn da rum? Versuch doch nicht weiter hochzuklettern! Ja, ich hang fest, das Ding hat mich mitgezogen, deine Kette. Du musst dann mit runter. Warte, 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 warte. Das fetzt sich bestimmt so weit, dass du jetzt ganz gut bist. Das fetzt sich wieder bis zum Anfang, das Ding, 100 pro. Kann man eigentlich hier drauf schon? Keine Experimente. Oh, man kann hier drauf. Ja, du musst aber trotzdem in der Nähe von dem Ding hier sein, sonst... Ja, ja, in der Nähe von dem Ding. Ach, wir müssen, glaub ich, unter dem Ding durch. Warte, lass jetzt mal durchfahren. Ja, ja, nein, nein, warte. Erstmal durchfahren lassen. Jetzt in der zweiten Instanz, weißt du? Hoffentlich, weil hier wird's langsam knackig. Hier wird's knackig, aber... Oh, ich bin abgerutscht, ich bin abgerutscht! Nein, nein! Geh hoch, geh hoch, Achtung, das Ding kommt! Das Ding kommt, das Ding! Warte, geh runter, geh runter! Oh mein Gott, ich will das alles nicht mehr! Oh Gott! Oh! Es sieht so einfach erst aus, ich dachte, ja, es geht ja noch. Aber jetzt denk ich mir, oh mein Gott, ist das ekelhaft. Okay, und jetzt durchfahren erst, ne? Und dann... Ne, hier, 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 oder? Hier schon? Weiß ich nicht, komm, nein, doch nicht! Ne, 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 ne! Du musst ihn durchfahren lassen, das glaub ich nicht. Aber jetzt muss es richtig getimt, wenn du das Ding siehst, gleich ran! Ran! Okay, nach außen, weiter nach außen? Da vorne kommt der Laser. Wenn du siehst, gleich ran, gleich ran! 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 Es geht nicht! Ran! Zieh mich hoch! Zieh dich hoch! Zieh, zieh, zieh! Ja! Oh mein Gott! Geh da rauf, geh da rauf, geh da rauf! Darum sind wir sicher! Ich seh nichts, okay, rüber, oder? Rüber, 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 ganz rüber! Das ist immer noch kein Checkpoint, das ist immer noch kein Checkpoint, das ist immer noch... Fallen die um? Fallen die um? Drei, zwei, eins! Ne, Gott sei Dank, stell dir mal vor! Drei, zwei, eins! Springt der schon! So nervös! Drei, zwei, eins! Oh mein Gott! Oh, okay! Warte! Drei, zwei, eins! Drei, zwei, eins! Martin! Drei, zwei, eins! Und Näs, darüber. Wir rüber! Jetzt können wir ein bisschen Gas geben, das ist... Und ja... Oh integer! Ja! Drei, zwei, eins! Drei, zwei, eins! Drei! Rennt schon los! Zwei, eins! Warte, 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 was ist bisher? Hier vorne. Hier, hier ist ne Insel. Wo ich hinkucke. Ist das wirklich... Das ist ne Insel, ne? Ja. Okay. Drei, zwei, eins. Leck mich am Arsch. Wo ist denn... Ich hab nicht so viel Fluchen, sonst werd ich wieder demonetarisiert. Drei, zwei, eins. Oh nein! Und nächster! Nächster! Ich häng irgendwie... Ich... Nein, nein! Ich... Ich häng... Zieh, 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 zieh! Nein! Nein! Weil irgendwas Gutes an! Bei... Bei... Bei was? Ah, oh mein Gott! Bei Hassan! Da, der Schädelhaufen! 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 Nicht auf dem Ding landen! Oh mein Gott, das ist... Oh Gott! Diese Dreckskinder macht so viel schwieriger als Only Up. Oh Gott, wir waren so nah an einem Checkpoint, oder? Ja, wir waren sehr nah dran. Nein, wir waren jetzt nicht nah. Drei, zwei, eins. Ohohoho! Beim nächsten springen wir, und los! Oh Gott, wir haben den Laser wieder vor uns, wir haben... Oh nein! Der Laser ist gar nicht schwer! Der Laser ist gar nicht schwer! Ja, bis wir dann irgendwie, weil wir unter Herzrhythmusstörungen und Schweißanfällen durch dieses Spiel leiden, in die Falle dappen. Ah... So, warten, warten. Du bist schon sehr hoch, du bist schon sehr hoch! Ja! Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du warst sehr hoch! Das ist die Haare, der Haarbüsche! Ah, warte, 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 warte! Stopp! Du bist hoch! Du bist hoch! Du bist hoch! Nein! Nein! Sicher? Ja! Ah, von mir... okay. Dreh die Kamera! Beim nächsten gehen wir los! Und los! Stopp! Los! Mein Arzt hat mir verboten, das Let's Play zu machen, ne? Ja! Wenn du Bescheid weißt! Mein Arzt ist mein Onkelvater! Was? Mein Arzt hat gefragt, haben sie angefangen Crack zu nehmen? Ich so, ne, eigentlich nicht! Weil in den letzten drei Tagen ist ihre Gesundheitswärze in den Keller gegangen! War eigentlich mal ein halbwegs gesunder junger Mann! Beim nächsten Mal, wenn er herschwingt... Und los! Pfff! Okay! Okay! Los! Boah! Lop! Hop! Hop! Oh! Oh! Warte! Warte! Oh! Und los! Die Bleikette schlägt dir öfters mal zu! Hier hört man irgendwo so ein Helikopter! Hängt hier hinterm... Nein, das ist die Drohne! Hängt die da hinterm Berg oder so? Die hört man schon von... Nee, die ist doch schon da oben! Ich glaub, die hören wir einfach nur! Okay! Klingt so nah, als könnte man hier irgendwo um die Ecke springen und sich festhalten! Guck mal, hier drüben sind die zwei Sprungdinger, siehst du das? Ja! Und da ist die Drohne! Ja stimmt, okay. Dann weiter. Let's get it on. Warten noch, oder? Beim nächsten Mal, naja. Eieieiei. Und los. Und rüber. Jetzt kommen wieder die Ekelfässer. Das sind die Easyfässer. Drei, zwei, eins. Ja. Warum? Ich hab nicht gemacht. Ja, das ist das Problem. Du musst springen und danach ein kleines Stück nach hinten drücken, damit du halt nicht weiter fliehst. Hab ich ja, hab ich ja. Nee, nee, du bist drüber hinweg geflogen. Achtung, hier rüber springen. Und hepp. Naja, jetzt sehen wir nochmal die Knochen wieder, die haben wir doch so vermisst. Ja, ich hasse die Knochen. Weißt du, was ich hassen werde? Da oben wieder diesen Tower und alles. Ach Gott. Oh Gott. Oh, guck mal. Guck dir mal an, was da unten alles... Guck dir das an, ne? Das ist gigantisch. Ja. Die Hölle ist... Gigantisch. Das ist nur ein kleiner Teil, der Hölle. Glaubst du, das hat man designt, um Freundschaften zu zerstören? Ja, aber an sich ist es geil. An sich ist es geil. Warte, bis ich da bin. Das bringt nix, wenn du los rennst. Dann straffst du nur die Kette. Er kommt da oben aber auch ab und zu... Ey, jetzt geh drauf. Immer noch an der Kante vom Schädel. 3, 2, 1. Ach so. Sie. Beim nächsten, also nicht das hier. Der nächste. Ja, der. Ja, man hatte noch Ehrfurcht vor dem hier am Anfang. Jetzt hat man vor anderen Dingen Ehrfurcht, ne? Ja, ja. Und wenn das Autoding ging, klar, auch wenn jetzt die Steuerung kacke ist, aber es war relativ ungefährlich, sag ich mal. Ja, der Turm kann tricky werden, aber den kann man gut ausdancen, indem man halt wirklich so ein bisschen sagt, der eine lässt sich fallen oder so. Aber dann nochmal diese Klötze, das wird stressig. Beim nächsten Mal. Und go. Guck mal, Near Safe Location Button kann man spawnen. Was heißt das? Kann man da noch ein bisschen hacka-loaden? Los. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Das wird knapp. Oh, ne. Geht. Ich kenne, ich hab kein Near Safe Location. SK steht irgendwie, heißt Unlock Point haben wir nicht. Near Safe. If your character is stuck, open and teleport you to the near safe point. Ach so, ja. Wenn du es stuck bist. City, Heaven, Hell. Okay, das geht dann in der Stadt und dann in den Himmel. Ja. No Check Point. Ja. Nein, wie komme ich jetzt aus dem Menü so? Oh, selbst das Menü ist eine Falle. Das heißt also, wir müssen bis zur City und dann haben wir einen Checko-Lag. Okay, beim nächsten Mal, wenn er her schwingt. Und los. Und los. Und los. Boah. Boah. Boah, bei dem bin ich wieder mit dem kleinen Zeh hängen geblieben. Bereits? Ich bin bereit. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Lieber den Crap-Sprung als gar keinen. Und los. Uff. Äh, ach so. Na klar, weil du musst es ja eigentlich schon in- und auswendig kennen. Ja. Leider kenne ich es schon zu gut. Okay. Beim nächsten Mal, wenn es in die Mitte geht. Und los. Und rüber. Wie sie. Jetzt hier wieder direkt durch. Also erst auf die Plattform, auf die erste. Ja, ja, ja. Drei, zwei, eins. Warte ganz kurz, ganz kurz warten. Ich muss eben das Fenster zumachen. Okay. Selbst im echten Leben ist Hölle. Oh Mann. Ah, mir regnet sie mich hier voll auf die Tastatur und so. So. Okay, okay. Drei, zwei, eins. Und anpeilen und... Oh mein Gott, zieh mich hoch, zieh mich hoch, zieh mich hoch. Ich hänge da wieder an der Kante, so merkwürdig. Ja, ja, ich... Ach, so. Keine Ahnung, warum ich so viel langsamer springe. Ich sag ja, das ist... Hat irgendwas mit der Kette zu tun. Drei, zwei, eins. Oh nein. Warte, warte, warte. Nein, nein. Wir warten auf die nächste Drohne. Wir müssen beide synchron dranhängen. Nein. Hier, wo ich stehe, stell dich in mich rein. Perfekt. Drei, zwei, eins. Er hält sich nicht. Gibt's nicht. Wo bin ich? Ich pulle. Oh Gott. Die Kamera war auf einmal in meinem Kopf drin irgendwie. Okay, warte, 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 warte. Äh, hier. Drei, zwei, eins. Gedrückt halten, du musst gedrückt halten. Ich halte gedrückt. Ich halte gedrückt. Das gibt's doch nicht. Ich steh mich mal noch weiter nach vorne. Drei, zwei, eins. Ich halte gedrückt. Passiert nix. Was, was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Drei. Drei. Drei, zwei, eins. Kann nicht sein. Kann, geht nicht, geht nicht. Warte, bleib mal dran, bleib mal dran. Vielleicht hatten wir letzt mal nen Bug. Ich zieh dich mit. Okay. Vielleicht haben wir damals das Spiel wirklich ein bisschen getrippelt, weil wir wirklich präzise. Ja, kann sein. Auf die Millisekunden dran gekommen sind. Fummel aber nichts rum. Ich mach gar nix. Ich hänge einfach nur. Ich lass lang hängen. Lass lang hängen. Mach nicht auf Chain. Willst du fahren? Boah, ist mir egal. Na, kannst droppen. Na, dann gehen sie mal ran. Wie geht das? Vorsicht, ganz langsam. Wirklich langsam fahren. Das Ding gibt irgendwie auf einmal Gas oder hat nen ganz merkwürdigen Wände. Kranz. Ah, hier so leicht drüber huppeln. Ah, hier. Ah, ranfahren. Und dann durch schnell. Pff, alt, hattest du Glück. Ne, ganz präzise unter durchgeschoben. Achtung, Vorsicht, hier. Na, jetzt schon einlenkt ein bisschen. Aber wie gesagt, hat nen... Ah, kannst noch ein bisschen näher. Alter. Da geht einem wirkliches Herz in der Hose auf. Was ist das da drüben? Guck, hinter dem Ding ist ein Balken, aber das ist keine Abkürzung, ne? Das ist nichts. Ne, ist einfach nicht. Am Ende schreibt es in der Chat, wir produzieren ja gerade vor. Am Ende schreibt es in der Chat doch, das wären welche gewesen. Das wären so Nils Safe Points, wo man sich dahin teleportieren könnte oder sowas. Und wir... ...hassen und leiden uns dadurch. Ja, wir machen halt die Master. Wir machen es wieder auf Master Race. Ei. Boah. Die aus dem Ios. Oh, jetzt kommt der Würfel. Los, dann erwischen wir noch. So. Und drauf. Und hepp. Lauf einfache. Oh. Der macht aber auch random, ne? Es ist nicht dasselbe... Ja, diesmal ist nur nach vorne. Ja, es ist nicht... Oh. Es ist nicht dasselbe Pattern wie vorhin. Und jetzt rüber. Oh, rüber, 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 rüber. Puh, okay, okay. Wir gehen wieder hier hinten in die erste Ecke. Würde ich sagen, oder? Ja, hier, hier. Hier drauf. Und dann treffen wir sich ganz gut. Ja, ja, ja. Hier hat man... weit wie möglich hier hin, wo ich bin. Der Laser dich echt nicht erwischt. Und jetzt schon. So, wieder hier. Der nächste müssen wir erwischen. Und los. Nein, geht nicht. Das Ding ist... Ja, zieh, 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 zieh. Ja, okay, ich bin um. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Das Ding ist, dass du an den Ring springst und nicht an die Plattform. Und ich spring an die Plattform. Dadurch stretchen wir dann die Kette wieder. Dann komm ich nicht weiter. Rüber, rüber, rüber. Ja. So. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Springt schon bei drei. Alter, jetzt springt er schon bevor er was sagt. Eins. Zwei. Und los. Los. Durchziehen. Ja. Als wäre die Kette nicht da. Ja. Lebensverachtend. No chain. Lebensverachtende Kette. Oh, ich hänge. Vorsicht. Jetzt wieder los. Oh, no, 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 no. Alter, da habe ich aber ein bisschen zu sehr das Leben verachtet. So, ein bisschen hoch hoch das Ding. Drei, zwei, eins. Jetzt hätte ich hier gerne einen Checkpoint, weil das Ding ist eh klar. Warte, warte, warte. Jetzt müssen wir auch überlegen. Da vorne ist, glaube ich, der Checkpoint. Irgendwas ist doch da vorne, oder? Nee. Warte mal. Oder? Ich glaube, wir müssen aber so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Dass wir so links drauf springen. Jetzt hätte man springen müssen, ne? Weil du kommst nicht sofort gerade durch, weil die sich ja bewegen. Du musst entgegengesetzt der Drehrichtung ein bisschen drauf springen. Und dann warten. Weißt du? Also springen wir links. Wir springen links drauf und gehen so ein bisschen, bis nicht das Ding in der Mitte ist, sondern eher so wie der mittlere Ring, so wo er jetzt ungefähr ist. Dann müssen wir rechts gehen. Weißt du? Dann müssen wir links, dann ein bisschen rechts. Ja, ja. Also links drauf warten. Genau. Warten, bis wir ein bisschen rechts sind. Genau. Weißt du? Dass wir nicht mittig springen, sondern immer so ein bisschen entgegengesetzt. Okay, beim nächsten springen wir drauf. Aber wir müssen jetzt. Und jetzt. Warten, warten, warten. Jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Und jetzt. Nein, nein, nein. Nein, nein. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das hier? Ist das ein Checkpoint? Oh. Ne, warte, warte, warte. Zeit, Zeit, Zeit. Ist das mit Zeit? Das ist mit Zeit. Bestimmt ist das mit Zeit. Warte, warte nicht nochmal drücken. Ach so. Okay. Warte mal, ob die Felsen weggehen. Am Ende stürzt alles ein. Lava steigt von unten auf. Vielleicht. Ja, siehst du? Okay, okay, okay. 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 Drei, zwei, eins. Go. Los. Einfach machen. Einfach machen. Bomb. Nein, das Hochziehen ist eine schlechte Animation. Wow, wow, wow. Komm, komm, komm. Warum bin ich so langsam? Ja. Weiter. 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 Komm, komm, komm. Nein. Weiter. Spring! Ah! Oh Gott. Das ist ein Aufzug da hinten. Oh, jetzt bitte. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Und hepp. Das muss ein Checkpoint sein. Boah. Oh Gott. Jetzt fallen wir hier runter. Das wäre so. Dann würde ich, glaube ich, aufhören. Boah. Ich glaube, mein linker Arm wird da auch nicht. Ist das normal? Ich sehe irgendwie alles milchig aus irgendeinem Grund. Wurde ich mir Sorgen machen? The whispering wall. Nein. Ist das ein... Was jetzt? Ach komm. Das sieht nicht aus wie ein Checkpoint. Das muss jetzt mal hier Checkpoint. Aber die Fahne ist doch City, oder nicht? Stand da nicht was von City? Da ist Wasser. Draußen. Ah, ich weiß nicht. Oh, okay. Drei, zwei, eins. Okay, passiert nichts. Da auch mal. Muss hier unten drunter. Und wieder hoch. Wahrscheinlich kann man schneller trinken oder sowas, hm? Ich weiß es nicht. Ich traue dem Spiel halt nicht über den Weg, Alter. Das muss jetzt aber Checkpoint-mäßig langsam werden. Das fühlt sich so an, als würden wir in einen neuen Abschnitt kommen. Ich hab keine Ahnung. Oh, manne. Hast du jemals so viel Hasse für ein Spiel empfunden? Oh, also ich hatte auch bei... Bei Only Up hatte ich auch schon meine Momente so, wo ich wirklich... Aber ich hab's bis zum Schluss durchgezogen. Zäh und dumm. Ja. Oh, warte, warte, warte. Da ist schon wieder so ein Knopf. Oh, da müssen wir irgendwie... Da sind zwei, ne? Ja, aber warum sind da zwei? Und wo müssen... Da sind mehrere, sogar drei. Da oben ist noch einer drauf. Muss man da so... Hier und dann... In der... In der Zeit das irgendwie machen? Weißt du so... Die Frage ist, wo müssen wir dann hin? Ach so, dass wir die Knöpfe in einem gewissen... Ja... Bereit? Fangen wir mit dem niedrigsten doch an, oder? Ja, oder? Aber der hier ist doch der niedrigste, oder nicht? Ne, ich glaub der andere auf der anderen Seite. Ich häng fest. Kann da was passieren? Das häng ich fest. Es sind sogar vier. Ja, ich denke wir müssen vom niedrigsten zum... Zum höchsten. Dann könnte man aber auch hier... Aber guck mal, kommt man von hier... Überhaupt da drauf? Jetzt wenn ich jetzt auf den hier gehe... Wenn du auf mich warten würdest, weil wir aneinander hängen... Dann könnte man das probieren. Drei, zwei, eins. Ja. Drei, zwei, eins. Ich dachte den hier. Wieso denn? Vom niedrigsten zum höchsten. Da ist doch noch ein Knopf dahinten. Ja, ja, aber... Den kann man ja dann... Von oben wieder... Treffen. Oh, doch, hier komm ich auch hin. Das war ja total simpel. Oder wir haben jetzt zufällig... Die richtige Reihenfolge. Ist das jetzt ein Checkpoint? Achtung, hier sind Spikes. Wir hatten zufällig die richtige Reihenfolge. Ich bin mir tot. Oh man, das sieht nicht nach einer Stadt aus. Aber da oben geht es ja auch noch ewig... Ist das echt ein Checkpoint? Keine Ahnung, steht da Checkpoint im Menü? Es stand doch im Menü irgendwas. Hier, Load Checkpoint Hell. Ja, guck mal. Nee, Load Man nicht. Ich hab nur Settings. Das ist wie so eine Säule sieht das aus. Aber nicht so ein Ding wie das hier. Na gut, 3, 2, 1. Okay, warte. Vorsicht. Und rüber, 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 rüber. Warte. Warte, warte, hoch. Und los. Das war zu spät, glaube ich. Das war zu spät. Nee, 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 nee. Das ist gut. Das ist gut. Okay, und Treppe laufen. Achtung. Warte. Wir sollten ineinander stehen, oder? Wir sollten ineinander stehen, oder? Warte. Drei. Oder du musst selber. Ich kann's ja nicht einzählen. Und los. Da ist der nächste Lift. Gib uns jetzt endlich mal so'n... Du musst ja wirklich genau davor stehen. Sag, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Sag einfach ganz kurz vorher go. Weißt du, bevor du los gehst. Go! Ja, oder so hat's auch geklappt. Oh, so hat's auch geklappt. Es hat auch geklappt, ja. Oh, was ist das hier? Was ist das hier? Warte, warte, warte. Okay. Ging die hoch oder so? Nee, ne? Nee, aber wir müssen über die Laser hopsen. Und dann, warte mal. Da hinten. Wo müssen wir dann weiter? Oh, wir müssen da rüber springen dann. Auf den anderen Korb. Echt? Nee, da ist doch noch ne Zwischeninsel. Nee, nee, die ist nur für die Stampfer, oder? Guck mal. Du kannst jetzt auf die andere Plattform springen. Hast du's gesehen? Und los. Die berühren sich einmal fast. Achtung, und spring. Jetzt rüber. Komm rüber. Äh, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ist das geduckt oder spring? Nee, spring. Was ist das? Warum springst du nicht? Ich hab das nicht gesehen. Oh, warte, warte, warte. Was ist das? Können wir da noch was retten? Nein. Spring mal da rüber. Und los. Die Laser fahren alle unten. Ich hab gedacht, da muss ich ducken oder sowas. Ducken? Du hast nicht gesehen. Welche Taste würdest du denn jetzt spontan zum ducken nehmen? Warte, warte, warte. Ich teste was. Wo lande ich bei Near Safe Location? Oh. Aha. Ah. Komm. Was? Na, oh Gott. Komm drüber. Ach, die Stange. Und spring. Welchen? Der vorne erstmal? Auf die Insel? Oder? Nee, jetzt müssen wir noch einmal rum. Wir hätten gerade. Warte mal. Lass mal auf die Insel. Nee, nee. Bringt nix. Da geht gar nix. Nee, nee. Oh, nee. Da auch nicht. Okay. Und hepp. Easy. Spring. Wir müssen den da vorne treffen. Einmal springen. Da ist er wieder reingesucht. Egal, jetzt sind wir hier drauf. Aber das ist schon ein bisschen Cheating, ne? Rüber. Hm. Wenn man da landet. Dann kann man das machen. Ah, dabei. Okay. 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 Rüber, rüber. Nein, was? Ah, Gott. Du bist ja irre. Da ist unser Ausgang. Ja, ich glaub schon. Gott, ich will einfach diesen Speicherpunkt. Haben wir das Fähnchen nicht schon überschritten? Ich weiß es nicht. Gilt die obere Kante Fähnchen oder untere Kante Fähnchen? Da unten ist die Stadt, oder? Ich mein... Okay, rüber. Und rüber. Boah. Ich weiß nicht. Ist es... Wann... Und rüber. There is no chain. No chain. Einfach. Okay, einfach machen. Irgendwann muss jetzt hier mal der Checkpoint kommen. Wir sind jetzt so weit. Wir sind doch am... Sind wir am Fähnchen? Ich glaub schon, oder? Rüber. Ich hab halt Schiss, dass wir dann nächstes Mal alles nochmal neu laufen müssen. Weißt du, das ist meine... Ja, deswegen. Ich kack mich ein. Was ist das denn? Das sieht so checkpointig aus. Das sind aber nur irgendwelche... Irgendwelche super Cybernonnen. Cybernonnen. Oh, 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 oh. Oh Gott, warte, warte, warte. Die Folge geht halt auch ewig. Aber ich hab jetzt halt die Hoffnung, dass wir... Oh, 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 oh. Oh, da ist so ein Knick. So ein fieser. Ein fieser Flutschfinger, Alter. Ich hab so eine Flutschmaus. Aqua Maze, Alter, jetzt... Guck mal, wir sind doch über dem Fähnchen. Wir sind über dem Fähnchen, oder? Das Wasserlabyrinth. So, ich mal... Ja gut, dann machen wir hier, ne? Ja gut, machen wir hier erstmal Pause und schauen, was passiert sonst. Sonst müssen wir die Strecke nochmal laufen. Guck mal, Highest Unlock Point. Hier. Da kann ich auf jeden Fall rein dippen. Okay. Bis zum nächsten Mal bewerten. Auf Wiedersehen und... Tschüss. Ich kann nicht mehr.